Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder YouTube Live. Und Leute, der Lifestyle eines erfolgreichen YouTubers ist echt ziemlich hart. Ich mit meinen 24 Milliarden Abonnenten, gerade um meinen knappen 2 Milliarden Einkommen, ich brauche echt ein zweites Standbein. Ich meine, 2 Milliarden Cash Money, davon kann man nicht leben. Ich sitze immer noch in meiner alten Wohnung. Ich meine, ja, sie sitzt ein bisschen hübscher dekoriert mit den ganzen Auszeichnungen hier, aber die Auszeichnungen, die bringen mir auch kein Essen. Mein Kühlschrank bringt mir Essen. Hm, oh ja, geil. Aber Leute, damit ich auch wirklich schaffen kann zu überleben in dieser kalten, blutrünstigen Welt, werde ich erstmal schlafen und ein Video machen. Und danach werde ich einen neuen Kanal aufziehen, weil es wird Zeit für einen neuen Kanal. Ich werde erstmal alles voll machen. So, dann mache ich einmal ein Video. Ja, Kommentare, ja, ich hasse Kommentare. Oh, Murderer 2-Trenne, dann können wir ja mal dazu ein Video machen. Bam, bam. Ihr wisst ja, damals habe ich noch Murderer 2-Videos gemacht. Ich habe da noch Windeln getragen. Ich war einer der ersten Murderer 2-YouTuber. Sollen die Leute auch mal appreciaten hier. Ist egal, ob ich ein bisschen schlecht schneide. So, laden wir einfach mal hoch. Und ich würde sagen, während das Video dann abgeht, gehen wir mal zum Studio runter. Es wird Zeit, einen neuen Kanal zu öffnen, weil der Kanal hier, der bringt nicht mehr genug. Guck mal, ich habe jetzt ein Video gemacht, hat nicht mal eine Minute gedauert. Und wie viel Geld mache ich damit? Nicht mal 200 Millionen mache ich. Also das, Leute, so kann ich echt nicht weiterleben. Also gehe ich jetzt zu meinem Homie hier und sage, starte ein neues Kanal. Ja, Mann. Wenn du einen neuen Kanal startest, verlierst du folgendes. Abonnenten, Auszeichnungen, Cash, Wohnung. Okay. PC-Einrichtung. Man verliert alles. Wozu habe ich mein ganzes Geld für die PC-Einrichtung gekauft? Ich dachte, das behalte ich. Du hältst jedoch plus ein Kanal. Kanäle werden verwendet, um Garagen freizuschalten. Die OP-Upgrades geben. Und Spielfunktionen freischalten. Video verdienst pro Boost plus 50%. Oh. Ich dachte, okay, es ist halt wie ein Rebirth. Das war mir klar. Aber dass ich alles verliere, dann hätte ich wohl doch nicht eine Milliarde Geld ausgeben sollen für mein Setup hier. Naja. Machen wir einfach mal. Ich habe einen neuen Kanal, Leute. Ich wusste nicht, dass ich dann alles verliere. Komm, wir gehen mal rein in mein Studio. Hier haben wir jetzt einen Editor. Will. Warum heißen die alle Will? Verdienst... Ja, ich sammle einfach mal Angebote. Krieg dann 180 Abonnenten, was auch immer das bedeutet. Hier im Regal, da fuck ich erstmal Merch rein. 2 Millionen. 2 Millionen für Merch. Ich muss mir Merch erstmal leisten. Okay. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Ich war Milliardär, Leute. Ich war so reich. From Hero to Zero. Was soll das denn? Guck mal, die ganzen YouTuber, sie lachen mich aus. Tani lacht mich aus, weil ich jetzt so arm bin. Was ist mit deinem Schuh passiert? Ah, keine Ahnung. Ach, nee. Ich habe mir nicht mal ein gutes Haus gekauft. Ich dachte, ich hole mir erst einen neuen Kanal und dann ein geiles Haus. Ach, na gut. Panda-Gut. Trotzdem kriege ich schlechte Kommentare. Schön zu wissen. Ähm, wenigstens Trended Murderer 2. Komm. Ich hoffe, der Trend... Stellt euch vor, der Trend ist vorbei, wenn das Video fertig ist. Das wäre so traurig. So, exzellent. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Bam. Oh, jetzt muss ich wieder selber schneiden. Was soll denn das? Äh. Und ich dachte, mein neuer Kanal macht anderes und nicht immer nur Roblox-Videos. Ich habe nicht mal ein Bett zum Schlafen. Hä, warum habe ich nicht mal ein Bett? Augenblick. Baue. Inventar. Limitiert. Hä, hier ist mein Bett. Ach, ja gut. Aber Auszeichnung... Hä, ich habe meine... Ich habe meine Play-Buttons noch. Ist das Spiel irgendwie dumm oder so? Augenblick. Ich habe meine ganzen Play-Buttons noch. Ich platziere die mir mal ganz kurz hier. Und ich habe natürlich noch meinen Mega-Router. Okay. So lebt es sich doch viel besser. Augenblick. Aber heißt das, ich habe dann auch Möbel, Dekorationen. Die Pflanzen kosten mich wieder Geld. Warum kostet es mich wieder Geld, die zurückzukaufen? Die haben wir mal gehört. Ich hoffe, das ist günstiger als vorher. Habe ich hier Regalo? Das kostet mich jetzt ab 5.000. Woher soll ich das nehmen? Nichts. Gehe ich jetzt erst mal schlafen. Das muss ich erst mal verkraften. Ja, aber ich habe 1.000 Abonnenten jetzt schon gemacht durch das Video. Das ist ja ganz gut. Das ist ja wie, wenn ein anderer großer YouTuber einen neuen Roblox-Kanal startet. Dann kriegt er auch ziemlich schnell die 1.000 Abonnenten dazu. Also ich werde nicht sterben, trotz des neuen Kanals. Aber, ach Mensch. Ich dachte jetzt wirklich, dass jetzt meine Karriere richtig losgeht. Und ich zu dem alten... Dass ich noch alles behalte. Was soll denn das? Ach. Dann mache ich keine neuen Kanäle mehr, Leute. Obwohl, eigentlich müsste ich neue Kanäle machen. Weil dann kriegt man geilere Studios und so. Ja, wir laden erst mal den Spaß hier hoch. Gehen noch einmal schlafen. Und ich habe sogar mein Telefon verloren. Mein Placement. Wisst ihr? Hier, das Smartphone hier hatte. Das Smartphone hier hatte ich. Das wurde mir gegeben bei meinem Placement. Und jetzt wird mir Harri nicht mal mehr das Nokia gönnen oder was? Ach, Mensch. Aber ich habe eine Idee. Ich mache jetzt noch ein Video zum Mörderer. Ich meine Mörderer 2. So. Und danach werde ich einfach mal meine Diamonds ausgeben. Und die Kabel verbinden. Natürlich. Dann mache ich das. So, dann kann ich einmal diese teure Kiste da unten kaufen. Ich habe extra 500 Gems zusammengespart. Und die nicht wären meines Farmens afkar ausgegeben. Damit ich das jetzt in dem Video machen kann. Wir gehen jetzt einmal runter zum Strand. Und hier am Strand gibt es ja die Kisten. Und da ist eine Kiste, die kostet mich 500 Gems. Und die kaufe ich mir jetzt. Ich könnte Wi-Fi-Router bekommen. Ich könnte aber auch einen Disco-Floar bekommen. Der wäre episch. Das wäre wirklich episch. Es wäre alles gut. Außer Wi-Fi-Router. Weil da habe ich schon das Beste, was man kriegen kann. Ich hoffe, ich kriege keinen Router. Und Goldbars. Mit Goldbars kann ich leben. Dankeschön. Was bringen wir Goldbars? 11% selten. Okay, wir gucken gleich mal nach, was wir Goldbars bringen. Dafür gehe ich zurück in meine Wohnung. Gehe dann einmal auf Bau. Dann auf Upgrades. Cash. Goldbars. Die lege ich hier einfach mal hin. Perfekt. Hat man ja... Die sind auch riesengroß. Krass. Okay, dann gehe ich jetzt hier auf Upgrades. Und auf Geld. Und Goldbars bringen mir 10% mehr Geld. Okay. 10% mehr Geld ist ein Anfang. Dann kann ich nochmal ein Video machen. Ich meine, wenn mir das jetzt noch 10% mehr Geld gibt. Perfekt. Großartige Arbeit. Danke. Danke, danke. So, legen wir uns einmal schlafen. Dann gehen wir noch einmal gamen. Ich habe mir extra... Ich habe mir alles gekauft beim letzten Mal. Außer eine neue Wohnung. Weil ich dachte, ich hole mir in dem Spiel... In dem Video jetzt noch eine neue Wohnung. Wofür habe ich 2 Milliarden zusammengespart? Ich bin so ein Idiot. Okay, machen wir das nächste Video. Und die da unten, sie kriegen die eine Million Playbuttons und ich nicht. Leute, ich fühle mich gerade wirklich verarscht. Wobei, da stand ja genau, was passiert. Da stand es und ich habe es trotzdem gemacht. Und mein PC ist schon wieder kaputt. Weil die mir auch mein PC weggenommen haben. So, wir gehen jetzt mal rüber gucken zu meinem Studio. Weil in dem Studio, da wird ja theoretisch... An meinem alten Kanal weitergearbeitet. Glaube ich. Also hier im Studio, wenn ich das richtig verstanden habe... Ist hier Will. Und der arbeitet daran... Ihr Editorin verdient passives Einkommen. Achte jedoch darauf, wenn du lange weg bist, werden sie vielleicht ein bisschen schläfrig. Okay. 13.000 Abonnenten hole ich mir. Passives Einkommen ist was anderes, aber... Ist das... Ist das in Ordnung? Will kümmert sich um meinen Kanal. Der hat jetzt schon wieder 1.000. Warte, was? Warte mal. Wie schnell macht der Abonnenten? Na, naja gut. Mein alter Kanal hat ja auch ziemlich schnell Abonnenten gemacht. Wie viel kostet mich Merch? 500.000. Okay, vergiss es. Merch kann ich vergessen. Mir wurde alles versprochen. Mir wurde alles versprochen. Und ich wurde belogen. Und da oben seht ihr... Update in 5 Tagen, 21 Stunden. Und wenn ihr das Video seht, ist das Update wahrscheinlich schon draußen, weil ich dieses Spiel hier richtig weit vorproduziere. Es tut mir irgendwo leid, dass ich jetzt nicht tagesaktuell mit meinen Videos bin. Aber man muss manchmal vorproduzieren, Leute. So. Dann Schnitt. Und Schnitt. Und schnibbel die Schnitt. Solange es hier keine trendenden Topics gibt, werde ich mir meine Abonnenten einfach von Will holen. Ich meine, was sollte ich denn sonst machen? Hallo Christoph. Hallo Louis. Oh, so viele Leute, die ich hier begegne. Hallo Paul. So. Will, gib mir mal deine 13.000 Abonnenten. Jetzt machen wir mal schneller. Immer noch 0. Peinlich. Ah, 1.900 Sekunden. Ich mache mit einem Video 4.000 Abonnenten. Und Will macht einfach 4.000 Abonnenten in 5 Sekunden. Alles klar. Äh, ähnlich so wie ich, um ehrlich zu sein. Naja. Ey, Felix, warum bist du so schnell unterwegs? So, machen wir das nächste Video. Es trendet immer noch nichts. Aber ich sehe schon, komm, dass dann was trendet, was ich nicht spielen kann, weil ich nicht genug Abonnenten habe. Leute, ich war mal reich. Ich war mal reich. Naja. Jeder muss mal neu anfangen. Nicht jeder Hype hält ewig an. Und irgendwann... Oh, das ist ein gutes Video. Und irgendwann muss man immer neu anfangen. 97 Prozent. Das ist jetzt meine beste Bewertung, die ich je hatte in einem Video. Ich habe Offscreen ja ein bisschen gespielt. Und da hatte ich noch ein paar Videos, die noch besser performt haben. Also die ich noch besser geschnitten habe. Und da hatte ich dann manchmal auch so ein extra Zeichen rechts daneben. Was, glaube ich, impliziert, dass das Video, abgesehen davon, dass es getrennt hat, nochmal extra gut abging. So, essen wir einen Salat. Mache ich noch ein Video. Ich habe jetzt schon 52.000 Abonnenten. Also, ich brauche mich eigentlich nicht beschweren. Es geht ziemlich schnell, diesen Kanal hier hochzuziehen. Also doch schon relativ ähnlich zu, wie wenn man... Ihr wisst schon. Wenn man schon ein erfolgreicher YouTuber war, dann kann man einen neuen Kanal auch ein bisschen schneller hochziehen. Als 100%iger Card, alles klar. Aber der ging dann eben. Schade. Das hätte ein Banger werden können. 96 Prozent. Wir holen uns einfach mal unsere Abonnenten von Will ab. Und ich hoffe, dass Will inzwischen auch schnelle Abonnenten dazu bekommt als vorhin. Das Video eben hat auf jeden Fall 30.000? Ja, über 30.000 auf... Ja, 46.000 Abonnenten. Bam! Und ich habe jetzt... Wenn jetzt die Abonnenten davon noch dazukommen, 100.000 Playbutton. Nice! So, dann hole ich mir nochmal 10.000 Abos von Will. Jetzt läuft's! Also, es geht doch. Es geht doch klar. Es war erst niederschmetternd, dass ich alles verloren habe. Aber ich kriege doch alles ganz schön schnell wieder zurück. Geld halt leider nicht ganz so schnell. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist Bauen. Dann Auszeichnung, Playbuttons. Und dann habe ich hier nochmal so einen silbernen Playbutton. Der kommt ja einfach hier hin. So, Logshaven mache ich. Der Roboter greift an, ist mega. Ich gewinne eh nicht gegen den Roboter. Ich bin zu blöd, Leute. Ihr wer... Weißt du... Wisst ihr, in dem Moment, in dem ich das Video hier aufnehme, ist noch keins meiner Videos online gekommen, in dem ich gegen den Roboter versagt habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihr das euch nicht mehr angucken wollt. Das ist wirklich lächerlich, wie sehr ich gegen so einen Roboter versage, der eigentlich schlecht ist. Aber ich bin einfach schlechter. Oh, da oben ist das Symbol. Da oben ist das Symbol, dass mein Video gut abgeht. Ich weiß nicht, wofür das steht. Könnt ihr mir sagen, wofür das steht? Ich weiß es nämlich nicht. Und das hat jetzt fast eine Million Aufrufe gemacht. Alles klar. Dann spielen wir nochmal ein bisschen Blogshaven. Und schon wieder kaputt. Nicht so schlimm. Ich kenne mich damit aus. Ich bin ein Fachinformatiker. Kennt ihr doch. 95,5%. 95,1%. Und jetzt 100%, please. Okay. Ich habe komplett versagt. Naja, egal. Mal kurz schlafen. Wobei, nicht schlafen. Ich muss zu Will gehen. Ich muss mir meine Abos abholen. Will, gib mir meine Abos. Hallo, Louis. Hallo, Christoph. Hallo, Pascal. Pascal kenne ich gar nicht. So. 150. Ne, 170.000 Abonnenten gönne ich mir. So. Und damit geht es doch schon ein bisschen besser. Und ich habe schon gesehen, ich brauche 1,2 Trillion Abonnenten, um den nächsten Kanal aufzumachen. Also dauert das, glaube ich, schon ein bisschen. A bisschen. Dauert das schon, ja. A bisschen. Ich weiß echt nicht, woher ich das habe. Dieses Video. Ich bin eingeschlafen. Jaja. Schlaft ruhig ein. Solange meine Videos weiterlaufen, während ihr einschlaft, ist das in Ordnung. Ich kriege Watchtime. Also schön, einfach meinen Kanal in der Playlist, in der Dauerschleife laufen lassen. Dann freue ich mich. Der YouTube-Algorithmus denkt, dass ihr die ganze Zeit durchguckt, obwohl ihr einfach nur eingeschlafen seid. Ist mir recht. Oh, das war ein gutes Video. Ich war jedes Mal im blauen Bereich. Wenn auch zweimal sehr knapp. Und das Video wird bestimmt auch gut abgehen, oder? Ja, das geht gut ab. Dann machen wir gleich das nächste Video hinterher. Yo, Leute. Das nächste Video ist dabei, mehr Produktion zu sein und so. Ihr wisst Bescheid. Ich kaufe mir dieses ganze Equipment da unten nicht. Weil ich weiß, dass es sowieso wieder weg ist, wenn ich neu durchstarten möchte. So. Und dann esse ich nochmal was. Und gehen mir neue Abonnenten von Will abholen. Ey, Will. Gönn mir mal wieder neue Subs. 399.000. Alles klar. Machen wir. Bam. 783.000 habe ich jetzt. Will verdoppelt einfach so random meine Abonnenten. Das finde ich gut. So soll es sein. Und ich habe hier noch nicht genug, um das Ding hier zu öffnen. Aber ich glaube, ich öffne einfach mal die Truhe hier. Wir öffnen die einfach mal und gucken, ob wir was Neues bekommen. Und wir kriegen ein Save. Okay. Das bringt mir wahrscheinlich auch wieder Geld. Ich weiß nicht, ob sich das stackt. Wir probieren es einfach aus, ne? Wir hoffen einfach, dass sich das gegenseitig stackt. Also gehen wir hier auf Bauen. Dann auf Upgrades, Cash und Save. Oh, der sieht auch relativ klein aus. Oh, und der guckt in die falsche Richtung. So. Jetzt steht er richtig. Ich gehe mal auf Upgrades. Und dann sehen wir... Okay. Die sind beide da. Also es bringt tatsächlich was, wenn man mehrere Sachen hat. Alles klar. Dann ist das doch in Ordnung. Adopters. Yo, spielen wir mal ein bisschen Adopters hier. Großartige Arbeit. Das weiß ich doch. Bam. Und bam. Und bam. Ein gutes Video. Kein sehr gutes, aber ein gutes. Kann man so nehmen. Machen wir gleich das nächste Video hinterher. Und jetzt muss doch langsam mal wieder ein Trend sein, oder? Kein Trend aktuell. Schade. Na gut. Dann werden wir wohl heute keine Bewegung prägen. So wie Jacko mit dem Moonwalk. So, 1,1 Millionen Abonnenten hole ich mir gerne bei dir ab. Damit es mehr als verdoppelt. 1 Millionen Playbuttler. Stell dir vor, ich kriege einfach so ein 1,1 Millionen Abonnenten Shoutout. Und dadurch den 1 Millionen Playbutton. Bin ich gut. Den stelle ich mir dann natürlich noch auf. Und irgendwo möchte ich... Ich will das nochmal öffnen. Ich öffne jetzt nochmal die Truhe. Die Truhen, die machen mir Spaß. Gebe her. Gebe her. Oh, Wi-Fi Router 3. Oh, der ist von Vodafone. Oder was ist das? Wir stellen ihn trotzdem auf, weil er bringt uns der Boni. Also Upgrades, Routers und dann bam. Zu viele Upgrades. Du kannst nur 3 Upgrades in deiner... Oh. Okay, verstanden. Dann keine Upgrades mehr. Jetzt weiß ich auch, was das bedeutet mit kann mehr Upgrades pro Wohnung. Nicht lustig selber. Ich hasse dieses Video. Ich hasse dich, Koha Mike. So, und dann spielen wir jetzt nochmal mal Cube Pad. Und damit sind wir full circle gegangen. Im letzten Video habe ich Cube Pad freigeschaltet. Und bin damit natürlich richtig getrendet. Und jetzt habe ich es wieder neu freigeschaltet. Auf einem neuen Kanal. Es ging tatsächlich sehr viel schneller. Ich meine, davor brauchte ich, keine Ahnung, x Videos. Ich glaube 3 Videos, bis ich so weit war, wie ich jetzt bin. Also es geht schon sehr viel schneller. Aber ohne Trend, wer will schon. So, ich hole mir jetzt noch einmal meine Abonnenten von Will ab. Und da ich mit dem Geld nicht wirklich vorankomme, ich gucke gleich nochmal, wie viel mich die nächste Wohnung kostet. Aber ich habe die Vermutung, dass sie ein bisschen teurer ist als nur 100.000. So, 3,4 Abonnenten. Alles klar, danke Will. Da läuft Louis. Ich bin schneller als du, Louis. Haha. Ich gucke mal in die Wohnung rein. Und, ja. Kostet mich 5 Millionen. Dafür habe ich nicht genug. Warte, wie teuer wäre das teuerste? Eine Million, eine... Okay. Ich hätte mir beim letzten Mal dieses Penthouse hier leisten können. Das Penthouse hätte ich mir leisten können. Und ich habe es mir nicht geholt, weil ich blöd war, Leute. Ganz ehrlich, es war meine Schuld. Ich war einfach zu blöd, es mir zu holen. Robot is attacking. Okay, wir werden jetzt noch einmal den Roboter-Kampf mitmachen. Wir werden den Roboter-Kampf noch einmal mitmachen. Ich werde noch einmal furchtbar versagen. Vorher noch ein Selfie für meine Fans, Leute. So sieht mein Gesicht aus, bevor ich vom Roboter fertig gemacht werde. Und gleich könnt ihr es euch anschauen, nachdem ich fertig gemacht wurde. Falls ich es überhaupt überlebe. Beginnt in vier Sekunden. Okay, dann legen wir mal los. Ich bleibe einfach stehen, bis ich ausweichen kann. Wisst ihr, man muss mit Bedacht spielen. Oh Gott, er schießt auf mich. Er targetet mich. Der Ehrenlose. Der Ehrenlose. Er hat auf mich zu schießen. Er schießt auf den anderen. Der andere soll mal aufhören, mir hinterher zu rennen. Okay, was kommt jetzt? Aber schon wieder das Angriffspattern. Das ist in Ordnung. Das ist ein bisschen kritisch, das Angriffspattern. Weil der macht einen auf ehrenlos. Schießt immer auf mich und so. Ich mag den, ich mag den anderen Typ nicht, der mir hinterherläuft. Naja. Okay. Und nochmal, nochmal. Alles klar. Dann, solange nur noch dieses Angriffspattern kommt, bin ich zufrieden. Ah! Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Er schießt zu schnell. Aber wir kriegen ihn hin. Oh, jetzt nicht das Böse. Ah, okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Weil das anstrengende Angriffspattern gar nicht kam mit den Lasern. Also mit den Einzelschusslasern, die direkt auf dich zufliegen. 70 Diamonds bekommen. Okay. Legendär. Von den 70 Diamonds, da hole ich mir erstmal noch eine neue Kiste hier. Ich mag die Kiste. Und noch ein Wi-Fi-Router. Und dann auch noch sehr schlechtes, den man kriegen kann. Wirklich, Wi-Fi-Router interessieren mich so null. Würde ich gar nicht gerne in meine Wohnung stellen. Weil die Upload-Geschwindigkeit ist mir ziemlich wurscht. Ich gucke gerade nach, ob es hier noch irgendwie Loot gibt, den ich finden kann unter Wasser. Aber aktuell nicht. Weil ich habe natürlich die meisten Diamonds gefarmt, indem ich hier unter Wasser Zeug gefunden habe. Aber gibt es gerade nicht. Ach ja, ich sollte noch einmal zu Will gehen. Weil Will hat bestimmt jetzt schon wieder so 5 oder 6 Millionen Abonnenten zusammengeholt, oder? Und 16,3. Das Dreifache von dem, was ich dachte. Alles klar, danke Will. Neuer Play-Button. Ja, passives Einkommen gefällt mir. Ich muss mich ja gar nicht mehr darum kümmern. Will macht das einfach für mich. Aber es wird Zeit, jetzt noch ein Video für diesen Kanal zu machen. Vorher natürlich meine Play-Buttons aufstellen. So, meine Play-Button sind aufgestellt. In meiner Wohnung ist nicht mehr genug Platz für all meine Auszeichnungen. Hohoho. Und The Murderer 2, jetzt trennt es. Okay, jetzt müssen wir einmal durchziehen, Leute. Jetzt müssen wir einmal durchziehen. Wenn es trenntet, das muss jetzt sein. Weil Trends bedeuten, wir kriegen gutes Geld. Und gutes Geld braucht man. Sonst kann ich mich ja nicht ernähren. Ich habe eine Familie zu ernähren. Eine Familie von Auszeichnungen, die nicht in meine Wohnung passen. Ich brauche eine teurere Wohnung, Leute. Ihr müsst es verstehen. Es ist hart, ein YouTuber zu sein, der so viel Geld macht. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, wie einfach und schnell das hier geht. Ich habe einfach riesige Goldbarren, die mehr Masse haben als zwölfmal ich in meiner Wohnung. Aber ich habe den Hype nicht mitgenommen. Der Trend ist vorbei gewesen, als mein Video kam. Na gut, dann würde ich sagen, war es das erste Mal mit diesem Video. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Beim nächsten Mal werde ich versuchen, in dem Spiel alles falsch zu machen, was man falsch machen kann. Also bleibt dran bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao.